Es ist ja oft so, dass man mit 16, 17, manche sind schon erwachsen, wirklich ausgewachsen, ausgebildet, mehr oder weniger von der Muskulatur her und manche hinten dann auch ein bisschen hinterher. Ist wirklich der Unterschied, merkst du das auch im täglichen Arbeiten mit den Spielern und so? Ja, wir waren jetzt mit der neuen U15, mit dem Ergang 2007 beim großen Turnier, Turnier della Nazione in Kärnten und in Italien und haben gegen Portugal und Norwegen gespielt und da waren Spieler dabei, ich bin 1,89, die waren größer als ich.